Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rocken. Okay, pressen, pressen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Es steckt wieder drin. Ach, nö. Du kannst das Kind nicht zurückschieben. Ist es hier von Family Guy, wo die Zeitmaschine kaputt geht und alles rückwärts läuft. Und es so hier wieder reingeschoben. Wir reden gar nicht drüber. Was zum Teufel war das für ein Anime-Intro? Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, deine Haut zu essen. Was? Mein armer Hautmann? Was ist das bitte für eine Blume? Ich bin schwul. Du bist nicht mein Sohn. Das ist gar nicht mein Zuhause. In wahrstem Sinne des Wortes. Wie kann man sein eigenes? Na gut, die sehen halt gleich aus, aber trotzdem. Ach, dieses Lied hatten wir in der Schule damals auch gelernt, Alter. Und dann kam am Ende immer, das war das ganze Alphabet oder ABC, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. E-F-Gun. Oh! Ja, so ähnlich wie unseres auch. Hat dir jemand Waffeln gesagt? Nein. Ich hab einen Hirnschaden. Das seh ich. Ein Messer. Mein Favorit. Wenn mich mal jemand abschneiden sollte. Ich wünschte, die Leute wären netter zu mir. Dein Wunsch ist dämlich. Oh, oh, was für ein Flaschengeist, Alter. Hey, kann deine Freundin das hier? Warum zum Teufel sollte man das können wollen? Hm, das ist geil. Ähm, jetzt erlebst du auch da nur einmal. Du bist gefeuert. Du kannst mich nicht feuern, ich kündige. Du kannst nicht kündigen, ich kündige. Du kannst nicht... Wenn der Chef einfach kündigt, weil er seinen Mitarbeiter nicht kündigen kann. Man kennt das. Kündigen, du bist ein Frosch. Du kannst mich nicht froschen, du bist meine... Du kannst mich nicht froschen. Oh. Ich bin nicht deine Frau, du bist meine Frau. Heiligling, wie war dein Tag? Ganz gut, aber ich hab gekündigt. Du kannst nicht kündigen, du bist gefeuert. Was ist hier los, Mann? Ich hoffe, ich werde heute nicht von einem Auto erwischt. Oh. 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 Genau. Erwischt mal an, wo du mit meiner Frau geschlafen hast. Hat er da einen Auspuff oder... Hey, ähm, können Menschen fliegen? Ja, auf die Fresse auf jeden Fall. Das ist schade. Oh. Na, wie hat es noch geschafft, den Anruf zu tätigen? Da ist Gustav Großfuß. Aber ich hab doch gar nicht so große Füße. Verdammt, Gustav Großfuß. Das ist nicht meine Hand. Hi. Dein Kinn ist schön weich. Oh nein, eine Pistole. Oh, ich stech dich ab. Ja, wenn die Pistole keine Munition mehr hat, was willst du machen? Hi. Wo? Ja gut, da hast du keine Chance. Gute Nachricht. Wir konnten ihre Beine retten. Und hier sind sie. Er hat's aber gerettet. Ich verlasse dich, Jerry. Dich und deine unangemessenen Reaktionen. Weeeeee. Mein Mund schmeckt wie Zähne. Wenn man seinen eigenen Mund frisst. Ich will keine Mutter sein. Oh. Hä? Oh no. Oh. 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 Voll daneben. Ich hab was erschossen. Wie kann ich... Hä? Warum springt da dann erst die Kugel entgeg... Mh, komm. Egal. Hey, kannst du mein Baby halten? Oh, offensichtlich nicht. Gib niemals jemandem ein Baby, der das Baby nicht halten kann. Oh nein, ich komm zu spät. Was war das? Hä? Was machen wir jetzt mit all diesen Gangstern? Keine Sorge, wir haben einen Mann eingeschleust. Hallo, ja, ich bin echter Mann. Ich liebe es, das Verbrechen zu machen. Er liebt es, das Verbrechen zu machen? Ich glaub, der hat seinen Undercover-Job falsch verstanden. Hund. 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 Ich stell mir vor, Hundebellen die ganze Zeit. Irgendwie so, wie bei Pokémon, die schreien ja auch oft ihren Namen eigentlich. Hund. 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 Mein Gehirn ist... Naja, wenn du so sauber wirst, kannst du es ja machen. Groß und clever. Oh Gott, Ente. Oh Gott, Steve. Wie geht's, Alter? Mit so einem Arsch, lass ich mich doch nicht blicken. Kann ich verstehen. Oh nein, ich schon wieder... Ach gut, diesmal ist nicht. Das ist krank. Ja. Vorsicht, die Katze. Oh, das klingt aber nicht so schlimm. Wenn die Katze mit dem Auto kommt, man kennt es. Machen Katzen ständig. Oh, das war schon schade. Das war aber cool. Ich hoffe, euch hat das Video schon gefallen. Wie mir in diesem Sinne verabschiede ich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.